Horoskop für heute, Löwe, 26. August 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie sind heute motiviert, positive Maßnahmen zu ergreifen. Der Mond verbringt den Tag in Ihrem 10. Solarhaus und Sie investieren mehr in Ihre Ambitionen und Ihre Leistung. Außerdem harmoniert Mars mit Chiron und Sie würden lieber etwas gegen ein Problem unternehmen, als nur darüber nachzudenken oder zu reden. Es kommt ganz natürlich, sich eine positive Einstellung zu verschaffen. Sie neigen heute dazu, positive Energie aus Menschen, Lernen und Bewegung zu ziehen und sind bereit, eine Herausforderung anzunehmen. Mehr Mut oder der Wunsch, Kontakte zu knüpfen oder zu teilen, können eine große Rolle spielen. Wenn Sie in einem Trott stecken, wird es heute besonders einfach, sich daraus zu befreien. Ein neues Thema zu lernen oder sich tiefer mit einem Thema zu befassen, kann eine heilsame, glückliche Erfahrung sein. Bereiten Sie sich heute auf wunderbare Energie vor. Merkur, der kosmische Botenplanet, wird sich erneut in einer Retrogradenphase bewegen, da er nach unserem lieben Mond das am zweitschnellsten bewegte Himmelsobjekt ist. Er hat beschlossen, in einem Überraschungstanz mit Mars, unserem Planeten des Sex, für Aufregung zu sorgen, was bedeutet, dass Sie definitiv eine Portion Spaß bekommen werden. Jetzt ist die perfekte Zeit, um Spaß zu haben und Ihren größten Wünschen nachzugehen. Mit Merkur und Mars in einer Sextilstellung werden Sie zu diesem Zeitpunkt eine äußerst gesellige Stimmung spüren. Dies kann auch zusätzliches Charisma, Charme und intellektuelles Vorspiel in Ihr Liebesleben bringen. Was möchten Sie verfolgen? Es ist Zeit, den nächsten Schritt auf Ihrem beruflichen Weg in Betracht zu ziehen. Die Zukunft kann jedoch entmutigend erscheinen, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen oder was Sie tun sollen. Denken Sie darüber nach, was Sie verfolgen könnten, wenn Mars in Zwillinge im Sextil zu Merkur im Rücklauf in Ihrem Zeichen und Chiron im Rücklauf im Bitter steht. Möglicherweise haben Sie mehrere Träume, Hoffnungen und Bestrebungen, die mit Ihrem gewünschten Karriereweg übereinstimmen. Denken Sie darüber nach, was für Ihren Karriereweg von großer Bedeutung wäre, da diese Bestrebung das nächste Kapitel Ihrer beruflichen Reise sein könnte. Der angenehme Aspekt des heutigen Tages betrifft alles Romantische. Sie werden besonders in der Lage sein, Ihre Intuition zu nutzen, um den richtigen Zeitpunkt zu spüren, um Ihre Gefühle kundzutun und Ihren Körper auf eine Weise zu zeigen, die Ihnen und anderen gefällt. Dies könnten Ihre Mimik, körperliche Zuneigung oder vielleicht das Geben von Freiraum an diejenigen sein, die es brauchen. Um diesen harmonischen Aspekt zu verstärken, gönnen Sie sich etwas, das Körper und Geist entspannt, eine Massage, eine Sauna oder einen Spaziergang im Wald. Liebste, dies ist der ideale Tag, um einige der wunderbarsten Menschen kennenzulernen. Die Schwingungen Ihrer Zahl verleihen Ihnen bei all Ihren Gesprächen, Kontakten und Angelegenheiten übersinnliche Fähigkeiten. Sie werden die Dinge schneller erkennen als letzte Woche und die Kommunikation wird einfacher sein. Wenn Sie Ihre organisatorischen Fähigkeiten einsetzen, diesen Tag nutzen und Ihren Terminkalender füllen können, könnten Sie ein großer Gewinner sein. Da sich der Mond in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops befindet und mit der Sonne harmoniert, waren die letzten Stunden Ihres Geburtstagsmonats voller Kraft. Sie hatten die Chance, dem kommenden Jahr und seiner Reise voller Zuversicht entgegenzusehen. Obwohl die Sonne gestern den Löwen verlassen hat, stehen Sie heute wieder in einer Linie, mit einem anderen Fokus und noch enger. Der Mond kehrt während des ersten vollen Tages der Sonne in Ihrem Einkommenssektor in Ihren Karriere-Sektor zurück und wird sofort einen freundlichen Aspekt einnehmen. Diese Ausrichtung stärkt das Selbstvertrauen und das Bewusstsein, gerade wenn Sie wichtige Tage in Bezug auf Einkommen, Arbeit und Karriere beginnen. Pluto wird in nur neun Tagen rückläufig aus Ihrem Beziehungssektor austreten, Venus, der Planet der Liebe, kehrt jedoch nächste Woche in Ihrem Kommunikationssektor zurück und der Asteroid Juno, die Königin der Bindung, ist bereits dort. Die Auswirkungen des Vollmonds zu Beginn der Woche könnten nicht wichtiger sein. Dies hat möglicherweise Druck auf Sie und Ihre Beziehungen ausgeübt, aber bevor der Planet der Veränderung und Transformation Sie verlässt, haben Sie etwas, auf das Sie hinarbeiten können. Täglicher Planetenüberblick Tut es weh? Da Mars in Zwillinge im Sextil zu Merkur im Löwen steht und Chiron im Widder seinen Einfluss hinzufügt, könnten sich Gespräche heute etwas zärtlicher anfühlen als sonst. Der rückläufige Merkur ist bekannt für seine klassischen Kommunikationspannen, und Sie könnten feststellen, dass entweder sie oder jemand anderes zum falschen Zeitpunkt spricht. Worte, die harmlos gemeint waren, könnten ungeschickt ankommen, sensible Emotionen auslösen oder sogar Missverständnisse auslösen. Wenn Sie sich durch etwas, das jemand sagt, verletzt fühlen oder wenn Sie unbeabsichtigt jemand anderen verletzt haben, zögern Sie nicht, darauf einzugehen. Dies ist Ihre Chance, ehrlich und verletzlich zu sprechen oder sich aufrichtig und würdevoll zu entschuldigen. Wir alle kennen diese Momente, in denen ein Gespräch vom Thema abkommt und wir uns plötzlich fragen, habe ich das gerade wirklich gesagt, oder vielleicht trifft uns jemand mit einem Kommentar zu sehr und wir fühlen uns unerwartet verletzt. Heute ist einer dieser Tage, an denen die Emotionen vielleicht etwas höher schlagen als sonst. Daher ist es wichtig, mit Ruhe und Geduld zu reagieren, selbst wenn andere uns anpübeln oder provozieren. Wenn Sie sich getäuscht oder verletzt fühlen, achten Sie darauf, wem Sie sich anvertrauen. Es ist leicht, über jedes Wort nachzudenken, aber denken Sie daran, dass nicht jeder Kommentar so ernst genommen werden sollte. Suchen Sie sich Menschen, die ihre Stimmung verstehen und wissen, wie man beruhtsam damit umgeht. Manchmal kann es einen großen Unterschied machen, wie Sie sich fühlen, wenn Sie sich einfach nur ausruhen und einen Schritt zurücktreten. Trotz der sensiblen Energie in der Luft haben die heutigen astrologischen Einflüsse auch eine positive Seite. Wenn Sie Gespräche mit Offenheit und Ehrlichkeit angehen, werden Ihre Worte wahrscheinlich gut aufgenommen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt für einen offenen Meinungsaustausch, bei dem sowohl Sie als auch die andere Person sich sicher genug fühlen, um Ihre Bedenken zu äußern. Haben Sie jemals bemerkt, wie befreiend es sich anfühlen kann, alles offen auszusprechen? Wenn Sie Diskussionen mit guten Absichten angehen, neigen die Leute dazu, diese Aufrichtigkeit zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu reagieren. Es geht darum, Raum für gegenseitiges Verständnis zu schaffen, wobei beide Seiten ein wenig Kritik zulassen, aber mit dem Ziel, zu wachsen und eine Lösung zu finden. Schauen Sie sich nicht vor dem Feedback, das Sie heute erhalten. Gehen Sie stattdessen ehrlich und mit offenem Herzen damit um. Sie werden vielleicht überrascht sein, wie viel Fortschritt Sie in Ihren Beziehungen machen können, wenn Sie sie mit dieser Art von Authentizität angehen. Möchten Sie in Ihren Beziehungen die Führung übernehmen? Bei dieser Energie geht es auch darum, Ihre Ideen mit anderen zu teilen. Vielleicht möchten Sie die Menschen um Sie herum anleiten und Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, die sich ergeben können, wenn Sie Ihre Erkenntnisse und Perspektiven berücksichtigen. Aber denken Sie daran, dass es bei Führung genauso sehr ums Zuhören wie ums Sprechen geht. Achten Sie darauf, dass Sie auch auf die Wünsche und Ideen anderer eingehen. Nach all dieser kreativen und kollaborativen Energie ist es wichtig, sich einen Moment Zeit für sich selbst zu nehmen. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, um über alles nachzudenken, was Sie in Gang gesetzt haben. Manchmal kommen in diesen ruhigen Momenten der Reflexion die meiste Klarheit und Inspiration ans Licht. Finanziell sieht es gut aus. Sie haben ein Händchen dafür, zu Ihrem Vorteil zu verhandeln, selbst in heiklen Situationen. Wenn Sie gerade mitten in einem Geschäft oder einer Verhandlungsrunde stecken, vertrauen Sie auf Ihre Instinkte, Sie sind gerade sehr gut ausgeprägt. Außerdem eröffnen sich Ihnen weitere Optionen, also zögern Sie nicht, neue Kontakte zu knüpfen oder neue Möglichkeiten zu erkunden. Diese Verbindungen könnten sich später als unglaublich nützlich erweisen und Ihre gesunden Instinkte werden Sie leiten, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Waren Sie schon einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben eine Verbindung geknüpft, die sich als genau das herausstellte, was Sie brauchten? Heute könnte genau so ein glücklicher Zufall kommen, also bleiben Sie offen für die Möglichkeiten. Denken Sie beim Navigieren durch die Energien des heutigen Tages daran, dass es in Ordnung ist, empfindlich zu sein. Es ist in Ordnung, die Dinge im Moment etwas persönlicher zu nehmen. Denken Sie aber auch daran, dass Sensibilität die Möglichkeit für tiefere Verbindungen und ein tieferes Verständnis mit sich selbst und anderen mit sich bringt. Wie gehen Sie also mit den heutigen Gesprächen um? Haben Sie sich dabei ertappt, wie Sie schwierige Diskussionen mit Ihren Lieben gemeistert haben, oder waren Sie vielleicht sogar selbst überrascht, wie gut Sie es geschafft haben, angesichts einer Herausforderung ruhig zu bleiben? Lassen Sie uns unsere Erfahrungen teilen, uns gegenseitig unterstützen und mit Anmut und Positivität weiter voranschreiten. Schließlich entstehen die bedeutungsvollsten Verbindungen oft aus Momenten der Verletzlichkeit und Ehrlichkeit.